Diese Röhne wird gemütlich verdient. Ähm, ein Wunderschön hat es gut gewünscht. Ja... Jetzt gehen wir mal her. Die anderen haben sich das vielleicht nicht von... Wie wunderschön. Kannst du einen Liter um Eis machen? Hm. Hat man die Zähne schon eine Kilo gesagt? Hm? bei den ganzen sicherheitsalarm hatte ich mit mehr gerechnet der abschaum aus der räuber bucht wird normalerweise nicht so weit hinein gespült zu frandu ich weiß aber nicht erzählen der schiss gegen die zwie kämpfen muss Junge, das ist tatsächlich eine Gangchallenge, das tut dann. Obwohl. Ich habe nicht gesehen, wie sie mir die Leben aufzeigen. Junge, du darfst mir sch- Oh, ich heal dann. Was ist das für Dekoration, oder was? Oder das mit dem Großklobe? Also, das ist aber kein Großklobe, ich stelle die Urteile. Healern? Du, seit dem dämlichen Trottel-Dienst, du Boss. Ich sehe, das ist schon schief für den Schluss. Und das ist, ich kriege das, ich kriege das, ich kriege das, ich kriege das, ich kriege das. Das hat die Equipe, geht nicht. Ich kriege das, ich kriege das, ich kriege das, ich kriege das. Das ist ein Trottel-Bast, ich kriege das. Sorry, das ist aber so. Okay, merci. Okay, merci. Ich mag den Ruf. Ich kann mal. Hä? Ich gehe ja gefangen, geil. Das ist voll und nett mit. Wja, nicht. Ich sage das Versturwel. logisch gewischt okay mir beginn es wohl kommt zurück los und musik schweigste schlaf gefordert musik in abriere chemie schluss noch bekommen ich habe eure scouts gefunden das sind schreckliche neuigkeiten für uns bleibt jedoch kein hier gibt es eine bestie die gierige fresserin eure augen sind näher am boden als unsere würdet ihr die spur der bestie aufnehmen ja wir müssen sie finden für das hier gibt es eine bestie die gierige fresserin eure augen sind keine angst keine angst keine angst das hat was gesurte schwarz rot mehr ihr seid zurück die rishi haben uns von störungen in den lagern erzählt ich habe mich um beide gekümmert tieron wird in einer anderen revanita festung in der nähe festgehalten wissen wir etwas darüber die anlage im tal wir haben selbst gerade erst davon erfahren die rishi sprechen von einigen raumschiffen die in der umgebung versteckt sind revans flotte genau und laut den nova blade datenaufzeichnungen schreitet sein plan rasch voran imperiale und republikanische flotten nähern sich bereits das sind nicht nur kleine patrouillen gruppen beide seiten haben ihre mächtigsten kriegsschiffe versammelt sie werden von darf ma und satil schaden angeführt da klingt wirklich schlecht aber von schmull nur schließt das war eine 10 mehr wir wissen dass die infiltration durch die revanita sehr weit reicht aber doch nicht bis zu den beiden ich habe mich noch nicht ausreichend mit den nova blade daten befasst um das zu beantworten aber ihr habt wohl recht es scheint eher unwahrscheinlich was wissen wir über die revanita anlage sie scheint die primäre operationszentrale auf rishi zu sein starke sicherheitsmaßnahmen und es führt nur einen weg hinein wenn wir es irgendwie schaffen wollen teron zu retten und diesen flottenkampf zu vermeiden müsst ihr sie frontal angreifen dann werde ich genau das tun wir helfen euch so gut wir können viel glück und römendal für mein allseits beleiften gefährden du mich stirbeln ist merci dass mich immer rum stirbeln ist die klinge sind ja ich guck mal ob es klappt ich kann nicht schuld kreieren ok ich kann nicht schuld kreieren ok chutztu Fund wo wo einen 棟 an Okay. Äh, floh. Das ist nur ein Blatt. Was willst du denn? Nur ein Blatt. Ja. Wir gucken wohl, dass wir das Monster schon da eliminiert kriegen. Das ist tatsächlich machbar zu eliminieren. Äh, also war. Das ist auch relativ einfach, rauszufinden, weil ich dafür brauche. Äh. Habt ihr gehört, wie drei Schlechter sind aus dem roten Nebel auf diese Welt gekommen? Und diese mitleidens werden kreativ. Und ihr seid... In der täglichen Quest hat mir nur noch gefehlt. Wir suchen... Frischfleisch. Komm, das ist der Wert heute. Und ihr wollt wirklich tatsächlich die Dude Quatsch eigentlich wild machen. Mathe selber. Mathe selber. Ganz einfach. Die Dude Quatsch wieder die Dude nervt mich tatsächlich. Die Dude. Die Dude. Sieht aus. Die Dude. Begebt euch zu den vorgegebenen Sammelpunkten. Tschüssi Kofsky, A&N.